Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir von Filme.de haben hier die wunderschöne neue Z-Box. Diese gibt es zu bestellen auf www.zavi.de. Im Monatsabo kostet das Ganze 24,99 Euro. Wer aber Geld sparen will, kann das Ganze auch als Quartalsabo, Halbjahresabo oder Jahresabo abonnieren. Wenn man das Jahresabo nimmt, dann kostet das nur noch 19,99 Euro im Monat. Und die Z-Box von April steht ganz im Zeichen von Classics. Nun wollen wir mal reinschauen, wie lohnt sich das Ganze und was verstehen die von Zavi und der Classics? Natürlich wieder ganz klassisch Verpackung. Was haben wir hier? Pinnadeln von Zurück in die Zukunft. Das ist definitiv ein Klassiker. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Der ist sehr, sehr gut. Naja, die ganze Trilogie ist gut. Das Ganze ist durchnummeriert auf 9.995 Stück weltweit. Wollen wir das hier ein bisschen auseinandernehmen. Ja, recht stabil. Lässt sich nicht mal eben verbiegen. Oh, hier steht sogar noch was drauf. Und hier auch nochmal die Nummer. 1886. Schauen wir uns die nächste auch mal direkt an. Überraschung, hat dieselbe Nummer. Auch die ist sehr stabil verarbeitet. Lässt sich auch sehr schön anschauen. Passt auf ihr Jack. Was haben wir hier? Ein T-Shirt. Wer kann es lesen? Ich nicht. Aber hier steht Back to the Future, also zurück in die Zukunft. Fühlt sich übrigens sehr flauschig an. Und als Größe ist hier L. Meine Größe. Jetzt ist die Größe natürlich keine Überraschung. Jedes Mal, wenn ihr eine Z-Box bestellt, dann könnt ihr die Größe angeben. Das geht von S bis 5XL. Bei Männern und für Frauen. Okay, bei Frauen nicht ganz bis 5XL. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Was ist das? Best of Betesia Mystery Box. Aha, noch nie von gehört. Ist was drin. Dann wollen wir gucken, was. Schneiden wir das mal sehr lezent auf. Ich liebe diese Verpackung. Wie geht das auf? Hier. Was könnte das sein? Oh, Dishonored 2. Nie gespielt. Bin kein Gamer. Aber ich weiß zumindest, was es ist. Ist noch was drin? Ui, Sticker. Ja, sieht ganz schick aus. Das Blech. Ist auch ganz okay. Kann auch andere Sachen reintun. Ein Toast vielleicht jetzt nicht gerade. Aber für ein paar Süßigkeiten reicht es bestimmt. Zumindest ist das Motiv sehr, sehr gelungen. Zu guter Letzt ein kleines Highlight. Die Figur von Harley Quinn. Erfunden extra für die Batman Animation Series. Seitdem. Showstealer. Eigene Serie. Eigene Comics. Und diverse Realverfilmungen. Darüber hüllen wir mal im Mantel des Schweigens. Normalerweise würden wir jetzt sagen, nicht auspacken. Sammler verliert sonst einen Wert. Wenn meine Frau das sieht, die packt das eh aus. Also was soll's. Dann muss es für Fotos erhalten. Außerdem sind wir hier beim Unboxing-Video. Hier wird alles ausgepackt. Tadaa. Sehr schön stabil. Auch hier wackelt's nicht. Stellen wir mal hin. Ja, sieht gut aus. Ordentliche Größe. Hat was. Gefällt mir. Frauchen wird sicherlich auch gefallen. Vielleicht schenke ich ihr erst zum Geburtstag. Mal gucken. So, das war's für uns für heute. Das war die Zavi-Box. Zu kaufen bei www.zavi.de. Für den Montag April zum Thema Classics. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und uns hat zumindest auch besonders diese Figur gefallen. Der Rüst war ganz okay. T-Shirt, sehr flauschig. Schöne Brotdose, wo kein Brot reinpasst. Und sehr schicke Pinnadeln. Hm, die werde ich mir an die Weste packen. Also, das war's für heute. Schönen Resttag noch. Schöne Brotdose. Schöne Brotdose.